Ahoi Matrosen und herzlich willkommen bei Assassin's Creed 4 Black Flag Inklusive habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist hier übrigens die Skull Edition Ja, diese Totenkopf Edition Frag mich nicht warum Fand ich toll, musste ich haben So, wir gehen jetzt hier erstmal auf den Weg zur nächsten Hauptquest, unserem blonden Ausrufezeichen Wenn wir nebenbei noch was finden, nehmen wir es natürlich mit Solange wir jetzt hier aber nichts finden Gehen wir weiter Au, Alter Entschuldigung Hm, so schnell geht das heutzutage So, ich wollte ganz fix mal hier meine super, super geheime Waffe haben, diese Kann ich nämlich so aus dem Stegreifen morden Zack, und weiter geht's Ah, ich liebe das Ah, sehr, sehr dynamisch das Ganze, gefällt mir Mein Geh, wo ist das denn? Was müssen wir überhaupt machen? Können wir mal ganz fix gucken Äh, das ist unser Ziel Hauptmission, eine Schuld einfordern, das machen wir natürlich Achtung Guckt euch an, wie er da liegt Sehr gut Ah, schick So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier rauskommen Mein, wo, 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 wo waren wir denn? Und wo müssen wir hin? Was ist hier los? Ach, es ist halt eine Crew, die man anhören kann, alles klar Braucht man gerade nicht Hallo mein Freund Äh, hinsetzen bitte Boah, sie auf dem Tisch stehen Wie schnell es dunkel wird Unglaublich 1.000 Real für diese Karten Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhelse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, ähm, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren So eine lachhafte Idee Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat Hm, die Idee ist gut Ja, pass mal auf dich auch, mein Freund So, wir gehen dann zum Weisen Oh, wow Wow, wie zu heute hab ich das gemacht? Ich hab keine Ahnung Wie witzig aus, wie viel Geld habt ihr denn hier dabei? Lässt sich davon leben? 14, ja, das nehmen wir mal mit 14 ist okay, damit kann man immer ein bisschen was anfangen Ein Bömmchen kaufen, sozusagen So, jetzt müssen wir uns hier irgendwie ein bisschen verstecken Also rotes Territorium auf der Karte heißt wahrscheinlich, wir dürfen hier nicht sein Was das bedeutet, seht ihr hier Müssen wir ein bisschen aufpassen So, den krallen wir uns gleich Noch irgendwo einer? Da hinten ist noch einer, okay Ja gut, wir laufen außen rum Da ist noch einer Komm, komm, komm So, Problem gelöst Was in der Tasche, mein Freund? Sehr gut So, okay Da ist der Der in unsere Richtung Ich meine, den kennst du schlecht, ne? Okay, er läuft weg Okay, wunderbar Dann sind wir hier Ganz gut Machen wir mal Da ist einer, da ist einer Ah, wo ist unser Freund, den wir brauchen Warte, da oben Da ist er Okay, das ist der Aufseher Pfeifen Wenn sie sich in einem Versteck hinter einem Ecke oder in einer Anpurschzone befinden, können sie B drücken, um zu pfeifen Okay Sehr gut Ich muss mich ein bisschen beeilen Nicht, dass sich hier einer sieht Okay, Schlüssel haben wir Und wieder rein hier ins Gestripp Super Okay, da müssen wir jetzt da Hoch Ich muss bloß mal gucken Geh mal hier ganz kurz Komm, hier hoch Hey Du hast nichts gesehen Kommt rein, wird dir mein Freund Hat keiner gesehen Ihr auch nicht, liebe Zuschauer Ihr habt nichts gesehen Okay Wir stellen es aber echt gut an, muss ich sagen Dafür, dass wir so ein bisschen rumschleichen Der steht super Oh Was das gleich für eine lustige Ernte gibt Pass auf, Leute Und zack Nichts gesehen Okay Nicht in Camp verwickelt werden Was war das nächste? Habe ich nicht gesehen Na, egal So, den nehmen wir noch mit Super Okay Kriegen wir den von hier? Ne, der muss noch ein Stück So, das sollten wir erledigt haben Super Der sollte uns Scharfschützen Wo sind die Scharfschützen? Verdammt Ähm Okay Der ist so weit weg Verdammt Wie kommen wir denn hier hoch? Ja Okay, super Ach, da oben Heilige Scheiße Heilige Scheiße Okay, ich laufe mal Tut mir leid Ja, alles gut Nein Nein, ich mag keinen Schinken Ich wolle nichts kaufen Alter, Falter Hör auf damit Wow, ich glaube Das kriegen wir nicht mehr gebacken Puh Achtung Es qualit ein wenig Haben wir uns gesehen? Ne, ne Okay, vielleicht doch Ach, da Okay Sie haben uns gesehen Ach, du Scheiße Los, komm, lauf Achtung Bio-Kugel Komm, lauf, 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 lauf Okay Okay, nochmal Von vorne Jetzt sollte man, glaube ich, los sein Ja, super Okay Also da oben ist ein Verdammter Scharfschütze Jetzt müssen wir überlegen Wie wir den loskriegen Ach, du Scheiße Die kommen jetzt alle hier rum So, nochmal fix ausrüsten hier Das bleibt Haben die anderen mich jetzt gesehen? Komm, komm, komm rein Okay So, jetzt müssen wir gucken Wie wir an denen vorbeikommen Ich hab keine Ahnung Außenrum? Ne, das sind zu viele Wir müssen den irgendwie gleich hierher locken Ja, wir haben ihn Ich hoffe, die sind leicht hier jetzt nicht Super Sehr gut Sehr elegant Ja, so muss das laufen So Entschuldigung Gucken wir, was du in der Tasche hast Oh, jetzt ist der Scheiße Scharfschütze dran Ey Den krall ich mir So Okay Da sind noch ein paar Wachen Da geht's hoch Oh oh Okay, Leute Jetzt müssen wir Starke Nerven beweisen Oh fuck it Oh oh Haha, fuck Nicht hier reinstechen Okay Genau, das wollte ich nicht Verdammt Aber kriegen wir ihn Achtung Bombe So, super Jetzt können wir uns den Scheiße Scharfschützen Der ist erstmal am wichtigsten Okay, hoch da Komm, 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 komm Hä, gar keiner mehr da Hä, wo ist er hin? Runtergefallen du heute? Oh, da kommt einer Ach, du gehst einmal runter Bitteschön Dankeschön Wow Okay, mit im Kampf verwickeln Können wir schon mal knicken Das hat nicht ganz geklappt Aber ansonsten Sehr elegant gelöst Muss ich sagen Super Warte mal Hier war da unten irgendwo dieses Diese Heuballen Wo war der denn? Wäre ich jetzt gerne reingesprungen Aber Ich sehe ihn nicht Dann aber einmal wieder runter Oh oh Fuck it Genau Komm ruhig einmal her Komm, 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 komm Okay Super Ja, also wir Hier meuchelt er die ganze Belegschaft aus Anstatt hier Etwas elegant reinzukommen Aber, nun gut Was will man machen, ne? Ach du Kack Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Da Ach, da müssen wir hin Okay 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 Ihr seht mich hoffentlich alle nicht Wow Elegant rübergesprungen Das muss man nicht lassen So Und dann sollten wir eigentlich schon da sein, ne? Das sieht gut aus Aber hier ist noch irgendwo Ein Fritze Ist hinten irgendwo eine Ecke Da Kann ich nicht laufen Beziehungsweise rennen Okay Okay Komm So Super So muss das laufen Dann gucken wir mal Was der alte Mann zu sagen hat Ach, kann ich Schade Kann ich nicht mitnehmen Hätte ich mir ein bisschen gewünscht Gut Dann gehen wir einmal rein Hier war schon schlachtefest So wie es aussieht Das war ich aber nicht Wow 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 Holy shit Ich glaube wir sind aufgeflogen Wie ist dein wahrer Name Schurke Ich bin Käpt'n Leck mich Wo ist der Weise Hast du ihn befreit Ich hatte nichts damit zu tun So sehe ich es auch wünscht Bringt ihn zum Hafen Schickt ihn mit der Schatzflotte Na Sevilla Oh Wartet noch Ich hab euch doch eure Schätze gebracht Das stimmt, ja Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole Ja man muss auch Opfer bringen Ach schade Ich hätte eine Wache aus Anpischzone heraus töten können Noch einen machen können Okay Habe ich jetzt nicht gelesen gehabt Ist ja nicht so schlimm Ohlala Ach das ist jetzt die Vergangenheit Komm Schatz Komm wieder hoch Ach der alte Wattwurm Er hat sich gewaltig Ich hoffe das stimmt Du glaubst mir doch oder Siehst du mich denn nicht Wie ich da stehe An Deck eines Schiffes Das in den Hafen gleitet Okay jetzt verstehe ich auch Ob es in den Druck Dahinter ihm steht Ich bin nicht ein Mann von Qualität Mit tausend Dublonen Die aus meinen Taschen quellen Wie Regentropfen Ich kann es sehen Okay Ich bin mal gespannt Wo wir jetzt aufwachen Bitte Hast du Hunger? Genau nimmst du Okay Leute Ich würde sagen Wir machen weiter In der nächsten Folge oder? Ich würde sagen Ciao